Was geht ab ihr Monster und herzlichst Willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox. Wir spielen heute mal wieder Paintball zusammen mit Flashy Blocks und ich habe ja schon angekündigt, dass wir hier die zerschmetternde Doppelpistole freischalten. Das machen wir jetzt hier in diesem Moment und wir werden die jetzt einfach mal ausprobieren. Nie gespielt, First Try, die Runde läuft schon eine Minute und wir sind schon, oh weh, ganz schön weit hinten. Schauen wir mal was geht. Ich muss sagen, ich habe mehr erwartet. Ist jetzt nicht so cool, aber gut. Flashy? Ja? Wo bist du? Ich will dich kaputt machen. Ich bin auf der Webseite. Oh, die Waffe ist halt wirklich nicht so cool. Okay, ihr könnt euch schon mal sparen, die zu holen. Die ist nämlich deutlich schlechter als die AK und die neue Geschwindigkeit hier, also die Geschwindigkeit, die man mit den Pistolen hat, die bringt es auf keinen Fall. Denn wenn man die ganze Zeit springt, ist man genauso schnell. Deswegen kann man sich das sparen, aber ich habe sie jetzt trotzdem einfach nur, um sie zu haben, des Habens willen. Und Flashy spielt wieder mit seiner P90. Na super. Jawohl. Hast du dich? Hauptsache vor dir. Kein Problem. Unser Ziel heute, Monster, ist es einfach nicht erster zu werden, einfach nur vor Flashy zu sein. Das kriegen wir hin. Irgendwie. Hoffentlich. Gleich doch nicht überschaut. Aber wenn ich zweiter werde, ist auch okay. Wo sind sie denn hier? Oh je, 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 je. Überraschungsmoment genutzt. Ich fühle mich hier ein bisschen wie, wie heißt er denn hier? Der Auftragskiller da aus dem Film. John Rick mit den Doppelpistolen. macht dich kaputt dass ich sie einfach gar kein oder bisschen hüpfen zwei kills drei kills rasiert ehre und falls ihr genauso viel ehre ab wie ich dann möchte jetzt in like button und lassen kostenloses abo da falls es noch nicht getan hat und dem guten flash blogs könnt ihr auch ein abo da lassen da verlinke ich euch den kanal unten in der beschreibung der gerade ist angefangen ist ein guter mail von mir und wir werden demnächst eine menge mehr aufnehmen haben wir bock drauf außer er killt mich jetzt noch ein paar mal dann natürlich nicht quatsch direkt hinter dich würde ich gerade treffen aber es war sehr passt da haben wir einen den kriegen wir ja noch ja und den da hinten aber ja und den aber nicht mit der minigand über die ganze karte getroffen ich bin auf jeden fall erst damit 19 treffer 100 ist feierabend hier oder elf minuten ich glaube das schaffen wir auf jeden fall den jungs schaffen ich muss gestehen das springen mit den pistols ist doch noch eine ecke schneller also ich nehme zurück was ich gerade gesagt habe ich bin echt schnell unterwegs hier doppeltreffer nach oben bisschen zum flaschen schießen ich gereicht aber deine sind auch viel zu früh runter gekommen super schlecht ja und auf manchen maps oder so ist die cool wegen dem bogen ich triff dich nicht noch mal gucke ich nicht mit dem bogen weil dann kann man echt über hindernisse hinweg schießen mit dem ding ansonsten ist die einfach nur trash was man auch halt muss ist klicken mit der pistole ne ich krieg schon echt lahmen finger stress backen ich habe alle vernichten sind wir heute vernichten du bist nichts weiter was ist da los ich frage nur mal nach für den freund das macht nichts zehn minuten auf der uhr kriegst das hin comeback ist ich sehe das aber wo sind die denn jetzt ich sehe gar keinen mehr hier ist einer von mir ist einer von uns schade da ist einer modus an der menschliche import hier auf jeden fall am start läuft das mich fast getroffen ist das ist locker du bist du aber irgendwelche hindernisse ja aber das war so knapp das war so knapp aber jetzt kommt die rache treffe ich nicht jetzt habe ich getroffen ohne im runterspringen hat er mich erwischt mist das hätte wieder ein cooler street werden können egal wir hüpfen daran ist er denn also diese pistole die ist halt gar nicht so cool aber der style faktor wenn man damit die treffer macht der geht klar vielleicht kommt man was von hinten jetzt ich glaube da ist nämlich totenkopf da ist er haben wir hier sind alle aufgeräumt hier links sind sie gespawnt wir konnten es kurz sehen ich bin gerade voll im voll im film richtig aufräumt da hinten war einer gesehen ist noch einer schleichen wir uns jetzt an manchmal fehlt mir so eine nahkampf und von hinten an dutschen oder so weißt du was ich mein komplett disrespekt wenn man sich anschleicht ehre nehmen ab dafür raus mit der viechers von allen seiten den hammer den hammer auch was flash ist noch nicht von woher kommt nicht verdient auf keinen fall oder hinten moment long wind schuss ich habe schon gedacht wer schießt denn da hinter mir so ab und zu einzeln oh nein ich habe offen auf den kaputten geschossen das war doof warum spielen wir eigentlich immer gegeneinander wenn wir zusammen beim spielen wie sehr wir die vernichten wenn wir in einem team werden ja das wäre auf jeden fall finde ich mal ganz gut ich finde es übrigens richtig schade dass sie den deathmatch modus also dass jeder gegen jeden rausgenommen wurde und manchmal fehlt mir das da hat man richtig viele punkte gekriegt so jetzt gucken wir mal da haben wir da oben ist auch noch einer der ist weg den pfad aufkriegen hier ich höre hier eine drohne ist unsere oh da seid ihr ne flashi ja was soll denn das das war ungewollt flashi ach das warst du nicht oh nein ich bin ungefallen back so jetzt gucken wir mal krache ist süß wir haben halt immer noch nicht die nuker wo wir echt gut unterwegs sind wir haben noch sieben minuten hier war einer hör ihn ach lol ich wollte ihn gerade treffen dann ist er weg einen hat der tower erwischt da oben ist er hab ich hab noch einen weiß es gar nicht ich sehe keinen mehr wie soll ich so punkte machen ach da hinten seid ihr oh hier vorne oh lol das was werden meine punkte gewesen oh hier steht ein sniper hier vorne da ist keiner wir gehen wieder ran wir gehen wieder ran ich sehe auch gerade ein paar monster zocken mit der niemand mit den vier nullen sich gerade unten links den habe ich erwischt beim weglaufen und rum mann ey immer du ist anstrengend flash so komm her falls ihr übrigens mehr aufnahmen mit mir und flashy blog sehen wollt dann bitte den like button smashen ihr wisst ja je länger ihr ein video anschaut oder öfter und so viel mehr aktionen auf dem video passieren wie zum beispiel kommentare likes und so weiter desto besser werden die bei youtube gerankt und desto größer werden wir aber jetzt müssen wir uns hier wieder konzentrieren da sind nämlich die gegner da ist noch einer da ist auch flash das sieht man schon immer an der doofen kappe die mütze guckt schon immer guckt schon immer vorher raus dann weiß man ahja flash mal gucken ob hier noch einer ist wollte ich gerade eine 360 grad drehung holen aber da wurde ich von hinten geholt die 360 grad drehung ja ja oh der war nice oh fangen mein freund fangen oh die 100 kriegen wir aber glaube ich Leute ich habe nur drei treffer gemacht du hast natürlich Mager oh Leute die sind alle neben mir ihr seid alle neben mir gespawnt bisschen mehr Anlag bitte kriegst du deine auch noch zusammen wenigstens ne was die gefällt mir nicht so ich finde die ganz nice eigentlich aber ich fand die damals mit dem alten Spawnsystem besser und ohne diese ewig lange Spawn Protection die ist nämlich richtig richtig grausam also eine Spawn Protection ist cool aber die bis damals hat die halt aufgehört sobald du geschossen hast weißt du und jetzt läuft die einfach durch finde ich nicht so cool so müssen wir mal schauen 71 oh das haben sie auch wieder erhöht ich glaube man brauchte nicht mehr so viel wir gucken mal ich sehe keinen mehr da hinten ist ein Totenkopf das heißt da muss jemand sein da oh sind wir noch erster 10 brauchen wir noch oh natürlich steht da ein Tower kack 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 ich sehe halt echt keinen mehr ne haben wir die Leute raus geschossen wie viele siehst du davon nein na gut lass mich leben nein kann ich halt nicht treffen aus dem Winkel das ist keine Chance gewesen so hier ist aber einer LOL ach komm verdient dass du den Farbkleck genau auf deine Stirn gekriegt hast ernsthaft dieses Campen immer mit der P90 richtiger Flashy Style ach komm jetzt hat mich der der Fragelord hat mich erwischt wer kennt ihn nicht der Fragelord wer kennt ihn nicht der Fragelord gar kein Glück mehr ne ich treff die letzten gar nicht mehr oh jetzt hat sie erwischt jetzt gehts wieder los das war mein Befreiungsschuss mein Befreiungsschuss passt auf oh ja Befreiungsschuss war da jetzt kriege ich meine 100 ah Tower wir bleiben hier links die hören und sehen uns nicht jetzt springen wir oh Leute die dreht sich einfach um und gibt mir kommt davon wenn man coole Kills machen will dann wird man immer direkt bestraft oh da unten Rache Rache ist Blutwurst da auch eine Wischung er kommt hier eh durch oh lol ah ich wollt grad sagen so 4 noch ich bräuchte noch 27 aber alter Flashy fass aus mir mal meine Streaks ja das mach ich gerne ich merk das auch nein ach nö ey die Tower ne ich krieg sie nicht weg 1,56 ich sag euch wenn wir jetzt die Treffer nicht noch kriegen ne die zwei das Spiel mehr das ärgert mich komm doch hier rum jetzt komm schon ich weiß doch dass du hier bist danke ja perfekt ich hoffe ihr hattet Spaß mit der Folge hinterlasst mir doch gerne ein kostenloses Abo falls ihr es noch nicht getan habt und smash den Like Button wir sehen uns morgen wieder euer Zockmonster auf einmal wie schön das ist Vielen Dank.